Hallo, mein Name ist Mirko Sieg und ich begrüße euch ganz herzlich bei uns am Stand von Chieftec. Ich möchte euch heute unsere neuen Netzteile aus der A90-Serie vorstellen. Das sind die drei, angefangen bei 550, 650 bis 750 Watt, 140 mm Lüfter. Ich muss dazu sagen, dass wir am Neusslevel gearbeitet haben an dieser Version. Also wir arbeiten natürlich ständig daran, unsere Netzteile zu optimieren und effizienter und leiser zu machen. Die Besonderheit an diesen Netzteilen ist, dass sie nur für den europäischen Markt geeignet sind auf 230 Volt, aber prinzipiell genauso effizient arbeiten wie ein regulär zertifiziertes 80 plus Gold-Netzteil. Sind also auch von den Effizienzwerten her vergleichbar. Nur, wie gesagt, nur für den europäischen Markt bestimmt. Das schwarze Finish hier von außen, das Schöne, das kennt ihr bereits von der Navitas-Serie und wie gesagt, noch Kabelmanagement ist noch vorhanden. Dieses schöne Netzteil geht ab nächsten Monat in die Massenproduktion und kostet in etwa zwischen 69 und 89 Euro.